Nur wenige Schiffe dümpeln im trägen, schwappenden Wasser vor sich hin. Gerade mal ein halbes Dutzend, obwohl der Kriegshafen ein Vielfaches fassen könnte. Eines der Schiffe wird nur notdürftig instand gesetzt. In den Matrosen und Seekriegern, denen ihr begegnet, spiegelt sich der Zustand der Schiffe wieder. Manche wirken nachlässig, bei Einzelnen würdet ihr schwören, dass sie am helligen Tag betrunken sind und kaum einer erhebt sich, um einem vorbeileilenden Offizier zu salutieren. So, fahrt ihr mit eurer Avianda in den Hafen von Pericom ein. Der Kriegshafen selbst noch abgezäunt, abgeschirmt mit einer großen, hohen Wand. Ein Oktagon, ein achteckiges, was sich dann so ein bisschen weiter im Westen des Hafenbeckens, wie eine Insel mitten in das Wasser, in den Ozeaner streckt. Aber ihr macht irgendwo im Süden fest und könnt dann von dort aus über die Stege in Richtung der Stadt blicken. Solamin schaut sich zu der Admiralin um. Nun, Praia Dania, wohin können wir euch geleiten? Hm, ich werde... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir eure Rückkehr gleich allgemein bekannt machen sollten. Das hatten wir schon beschlossen. Ich kann nicht einfach wieder zurück ins Oktagon gehen und mit Ernbrand von Hardenfels sprechen. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann, nachdem ich durch Verrat und durch Lug und Betrug auf Rulat gelandet bin. Nun, dann seid gerne noch eine Weile unser Gast und wir holen erst einmal ein paar Informationen ein, oder? Blick in die Runde. Außerdem gibt es ja Mittel und Wege dieser, ähm, ähm, wie hieß er noch? Man kann ihm ja einfach einmal in die Gedanken gucken. Dieser Strippenzieher. Nun, ich werde mich erst einmal bedeckt halten müssen, bis die Sache mit dem Ersteckbrief geklärt ist, fürchte ich. Vielleicht werden wir dir andere Klamotten anziehen müssen, Abelmir. Die Robe ist doch ziemlich auffällig. Hm, nun, das wäre sicherlich möglich. Wir könnten auch einen Schelm suchen, der euch ein Bart anhäckst. Ich glaube, die können sowas. Das lassen wir vorerst. Nun, solange ihr nicht mit den Offizieren der Perlmner Flotte sprecht, solltet ihr euch in Perikum normalerweise gut bewegen können. Der Steckbrief von euch ist alt und ihr habt zwar Verfehlungen gegen die Krone getan, aber, nun, so sehr dramatisch schlimm war es nicht. Ein paar Gefangene befreien. Ja, das hat vor euch noch keiner getan und nach euch auch wieder keiner, aber, nun, die Steckbriefen sind längst vergilbt. Solange ihr euch mit eurem Namen zurückhaltet und meinetwegen einen anderen annehmt, werdet ihr sicherlich, nun, euch bewegen können. Ihr solltet zumindest nicht mit euren Heldentaten herumposaunen, oder die Autogrammkarten. Nun, dann werde ich meine Robe ablegen und als einfacher Söldner, nun ja, durch die Stadtstreifen. Zum Glück kann ich meinen Stab ja verstecken. Die Tochter von Marex kennt dieses Schiff und sobald bekannt ist, dass Sunday im Hafen eingelaufen ist, wird sie auch wissen, dass wir in der Stadt sind. Ja, aber mir, wenn ich dir einen Namen empfehlen dürfte, Rafim. Nun, ich hatte schon einmal einen Namen in den schwarzen Namen gewählt, ich denke, den werde ich wieder benutzen. Äh, fortan bin ich Alricio Nintangil, ein europatischer Söldner. Ja, natürlich, Rafim. So machen wir das, Rafim. Sehr gut, Rafim. Alricio. Jetzt bin ich verwirrt. Ich heiße nicht Rafim, das seid ihr. Habt ihr Diamantes zugehört? Ja, genau, das meinte ich doch. Also, warum wollt ihr einen Namen annehmen, den ihr schon einmal angenommen habt, von dem Marex weiß, dass ihr ihr seid? Es wäre doch klug, einen ganz neuen Namen anzunehmen. Ich weiß nicht. Zum Beispiel Groschbart. Das ist ein zwergischer Name. Niemand wird mich für ein Zwerg halten. Dann nennt euch doch einfach Alric. Naja, was wäre mit Groschbart, Rafim? Nun, wenn ich Marex wäre und ich würde sehen, dass die Avianda in den Hafen eingelaufen ist und ich wüsste, dass Abel mir zur Besatzung gehört, nun, dann würde ich jemanden hierher schicken, um ihn verhaften zu lassen. Dann er meint, es wird er hier gesucht. Nun, dann werde ich einfach nicht mehr hier sein auf dem Schiff. Das wäre doch das Beste für alle, nicht wahr? Und ich habe Möglichkeiten, mich unauffällig durch die Stadt zu bewegen, glaubt mir das. Abel, mir, so unangenehm ist eure Gesellschaft jetzt auch nicht. Jetzt tut auch nicht so. Wir mögen euch alle. Darum geht es nicht. Ich weiß, wie ich bin beliebt und berühmt drin, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Naja, weil ihr gehen wolltet. Es klang gerade so, als wolltet ihr uns verlassen. Nun, wir könnten uns ja in der Stadt irgendwo treffen. Ah, so meint ihr das. Ja, das ist eine gute Idee. Erinnert ihr euch an die Hafenspielung Rafim, wo wir Rafim getroffen haben? Ähm, nein. Die ist da vorne. Guckt, diese kleine Kaschemme da. Naja, was hältst du denn davon? Ich gehe zusammen mit Abel, mir von Bord und wir nehmen noch ein paar Söldner mit, dann fällt das nicht so auf. Und der Rest von euch geht unabhängig von Bord. Mhm, wo wir gerade dabei sind. Kapitänja, braucht ihr etwas von mir? An Land, meine ich. Nicht unmittelbar. Ich nehme an, ihr habt eigene Unternehmungen vor? In der Tat nicht, tatsächlich. Ich werde natürlich die örtlichen, ähm, wie sagen wir, Kuriositätenhändler, äh, einen Besuch abstatten. Man weiß ja nicht, was man findet. Aber nein, tatsächlich habe ich nicht vor, irgendetwas zu tun oder weit von einer Seite zu weichen. Nun, ich denke, wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir die Sache angehen. Ich denke, ein guter Anfang wäre, herauszufinden, wo die Familie Marix lebt, wo ihr Kontor ist, wo ihre Schiffe liegen. Und nun, Prajadanja, vielleicht habt ihr auch einen, jemanden, mit dem wir Kontakt aufnehmen können? Jemand, dem ihr vertraut? Oder? Die Marixes sind in der Nähe vom Pextempel im Norden. Dort ist das Zeughaus und auch die verschiedenen Kontore von, äh, Störöbrand, aber eben auch von Klande oder von Marix. Werdet ihr dort finden. Aber ich möchte nicht, dass ihr zum Marix geht, sondern dass ihr zum Oktagon geht und mit der Admiralität spricht. Ich will wissen, wer für den Verrat zuständig ist und danach meine Position wieder haben. Aber das könnten wir doch viel leichter haben, wenn wir zu Marix gehen, ihm in den Kopf gucken, denn er ist ja der Drahtzieher. Und, ähm, ich kriege das ganz sicher hin. Edis hängt allerdings davon ab, dass ich hier den A hinreichend durchgestellt bekommt. Der Ventile wirft einen Blick auf Rafim, als wäre das mir ein hypothetisches Problem. Und B, seine Unterstützer euch weder dabei im Weg sind, noch hinterher, sagen wir, Anspruch dagegen erheben. Aber das kann ich ansonsten. Der Mann ist, wie ich das verstehe, sehr angesehen, nicht wahr? Edis könnte also dafür sorgen, dass wir einen schweren diplomatischen... Halperikum gehört den Marix. Sage ich ja, dass wir hinterher einen schwierigen diplomatischen Stand in der Stadt haben. Wenn ihr ihn auseinandernehmen wolltet, solltet ihr unten anfangen und oben enden und nicht andersherum. Nun, aber wir können doch einfach des Nächten in sein Haus eindringen. Ich dringe in seine Träume ein, gebe mich als, ich weiß nicht, wer auch immer aus. Seine vertraute Tochter, wir haben eine nette Diskussion miteinander und er offenbart mir alles. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, in das Haus von den Marices einzusteigen. Aber das ließe sich organisieren. Noch einmal, ihr habt, glaube ich, nicht verstanden, wer das ist. Ihnen gehört Halb-Perikom. Sie sind eine große Händlerfamilie, ehemalige Granden, die aus Al-Anfa nach Norden gekommen sind und die jetzt die Strippen ziehen. Das heißt, alle Beweise nützen uns nichts. Ich glaube, ihr habt noch nicht verstanden, wer wir sind. Das ist kein Problem. Haltet ihr das für hilfreich, wenn wir ihn einfach aus dem Weg räumen oder wird jemand anders den Mantel an sich nehmen? Wenn ihr den Marix umbringt, ist das so etwas wie Hochverrat, weil seine halbe Familie im Magistrat sitzt. Nun, ich frage den hier nur. Nun, selbst wenn ihr als Helden gut gelitten seid und mein Einfluss mag weitreichend sein, vor allem in Perikum und in der Perlenmeerflotte, aber wenn ihr Marix umbringt oder einen Magistraten von Perikum, dann wird selbst der Reichsgroßgeheimrat Rondrigan Paligan euch suchen lassen. Ja, ja, schon verstanden. Wir gehen nur Optionen durch. Aber Al-Paligan den Brief zeigen können. Ihr verschwindet meine Zeit. Ich möchte meine Admiralität wieder haben. Ja, lass mich mal einmal ausreden. Wenn wir Paligan diesen Brief zeigen, der zweifelsohne seinen Verrat belegt, dann wird er sich wohl einschalten. Er ist schließlich der Graf von Perikum. So, das könnt ihr natürlich machen. Dann sprecht mit Paligan. Oder wenn wir Marix überführen, ein Paktierer zu sein, dann sagen wir einfach Aila Bescheid und Aila schnappt sich ihn dann. Denn, naja, sie ist der höchste Honra-Geweite. Und, äh... Wir wissen nicht, ob er ein Paktierer ist. Das ist eine Spekulation. Vor allem solltet ihr vorher euch darüber im Klaren sein, seine Organisation im Sack haben zu können, bevor ihr ihn entfernt. Sonst werden sie sich zerstreuen wie Ratten, wenn das Licht angeht. Egal, was wir tun, wir müssen im Kopf haben, dass, sobald wir in den Hafen eingelaufen sind, wir sicher nur wenige Stunden haben. Nun, dass wir das Schiff umbenannt haben, wird uns sicher einige, äh, genau diese Stunden verschaffen. Aber dann wird das sicher an Marix Ohr gelangen, dass wir da sind. Dementsprechend müssen wir, sobald wir in den Hafen einfahren, einen Plan haben und diesen schnell ausführen können. Das mit Rondrian Paligan klang nach einem guten Ansatzpunkt. Ich halte ihn für vertrauenswürdig und die Beweise werden ihn sicher überzeugen. Vielleicht, äh, weiß er, wie wir weiter vorgehen könnten als jemand, der vor Ort sowohl große Macht als auch große Kenntnis hat. Den vertrauenswürdigen Paligan komische Sachen habt ihr hier oben im Norden. Nun, er ist immerhin der Rechtssachfolger von Dexter Nimrod. Vor allem ist er der Marktgraf, wenn er Remione ablöst. Nun, dann hoffen wir, dass er nicht an Rohayas Seite weilt, sondern hier ist. Mir ist es egal, nur handelt. Wir sitzen hier schon wieder rum und wir sind schon seit mittlerweile zehn Minuten im Hafen eingelaufen. Wenn er hier wäre, wo würden wir ihn finden? Nun, vermutlich im Grafenpalast. Er liegt auch neben dem Fextempel. Mitte der Stadt. Gut, dann werde ich mich mit den Unterlagen zu ihm aufmachen. Wer begleitet mich? Nur, nur zur Information, Remiona ist wesentlich älter und zwar ist sie offiziell immer noch als Gräfin eingesetzt, aber sie lässt die Verwaltung, wenn er denn hier ist, ihren Unterlagen, ja, ihren Verwandten, die wesentlich jünger sind. Und das ist dann eben Rondrigan, wenn er anwesend ist und nicht mit Rohay herumrittert. Und sie weilt dann dementsprechend auf ihrer Bleibe auf dem Gut Marschenhof. Das ist der Marschenpalast am Darpat. So, aber ihr geht jetzt erst einmal zu den Polygans und sprecht dem Grafenpalast vor und danach geht ihr zum Oktagon und sprecht mit der Admiralität. Ausführung. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr wollt, dass ich dort tue. Ihr habt doch gerade gesagt, dass die Mariks zu mächtig wären, dass uns die Beweise dort nichts bringen. Also, was soll ich ihnen sagen und was erwartet ihr damit zu erreichen? Ich möchte, dass ihr herausfindet, ob der Vize-Admiral vertrauenswürdig ist oder nicht. Ach so, dann kann ich auch ihm in den Kopf gucken. Das ist doch sehr viel einfacher. Im Allgemeinen wird dies für unhöflich empfunden. Das ist auch ein Rechtsbruch. Nun, so oder so, aber mir ihr scheint in diesem Palingan gut zu können. Nun, ich kenne ihn zumindest. Dann verzahre ich darauf, dass ihr die Sache allein im Griff habt. Ich soll allein zum Palingan? Nun gut, wenn ihr das wünscht, wenn er mich voll lässt, ohne mich gleich zu verhaften, vorausgesetzt. Soll ich mitkommen. Ich würde aber viel bevorzugen. Ja, ich bin schließlich ein Ritter des Reiches. Oder sowas blödes. Vortax, vielleicht gehen wir beide zur Art Mineralität. Dann haben wir jemanden, der zu Regan geht, jemanden zur Art Mineralität und Kapitana, ihr wolltet zu Marex. Nein, zum Palingan. Der letzte Brief an Rondrigan wurde von Vortax geschrieben. Ja. Ich bin ganz dicke mit denen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach zu viel zu Palingan und laufen einfach los, Freunde. Aber mir zieh dich um. Kann ich die Admiralin, wenn sie doch noch an Bord bleiben muss, derweil für einen beruhigenden Tee begeistern. Und am Schwarzmal geht nämlich gar nichts an. hättet es gut mir den Brief auszubauen, derweil, den ich euch gegeben habe, als Beweis. Ich komme ungern mit leeren Händen zu einem Reichsgroß Geheimrat. Den habe ich euch schon wieder gegeben. Ah, ich Abelmeer, ich habe ihn. Hab ich ihn doch nicht bekommen, ich wusste das. Ich habe ihn euch gegeben. Und ihr wisst nicht, wo ihr hingelegt habt. Ich raste aus. Wenn ihr das sagt, beruhigt euch. Vielleicht solltet ihr einmal das Kloster aufsuchen, um euren Nerven zu schonen. Es ist noch nicht zu spät, besagt den Tee Unternehmen. Ich könnte auch etwas für Linderung schaffen, wenn ihr möchtet. Ja, Kameraden, wir rücken in 5 Minuten aus. Habe mehr. wolltest sie nur umziehen. Wenn ich will, würde ich mich langsam bewegen und weniger quatschen. Ich bin gleich hier. Ihr seid mit einem Ritter des Reiches unterwegs. Solche wichtigen Personen lässt man nicht warten. Ich bin ebenfalls Ritter. Ihren Ritters Haus Gavard, aber lassen wir das. Ja. Ich bin gleich wieder da. lästern. Was für ein schlechter Ritter ist. Gucken ob mir das gelingt. Ich habe genau null Punkte. Was welcher Begriff ist? Heckenritter. Der allerletzte Heckenritter dieser Abelmir. Der allerletzte Heckenritter. Wenn ihr das sagt, Ritter des Reiches. Ja, schrecklich sowas. Schrecklich. Oh, auf dem Rückweg könnten wir da vielleicht bei den Zwergen vorbei. Sie müssen ja hier irgendwo auch ein kleines Viertelchen haben. Ich wollte etwas Material kaufen, um Schnabel mir endlich eine schöne Rüstung anfertigen zu lassen. Ganz nach dem Vorbild von Miras Rüstung. Ähm, ja, keine Ahnung. Zulamin, weißt du das? Haben die hier irgendwie ein Viertel? Ich kenne mich in Perikum nicht wirklich aus. Admiralin. Es gibt wenige Zwerge. Vor allem beim Ingrim-Tempel werdet ihr sie sicherlich finden. Wunderbar. Ach, das ist schon in Ordnung. Kapitanja, einen Moment bevor ich mich an Land aufmache. Ja, bitte. Und sie geht ein paar Schritte mit ihm. Ja, wenn sie wird schon mal auch mit ihr gehen, äh, sie werden seine Sachen einpacken gehen. Zum einen, ich werde mir wohl eine Dirk an Gardistan ausborgen, in dem Fall der Pferde, dass jemand die Dänen bekommt. Für euren Besuch in der Stadt, ja? Ja. Vermutlich werde ich man bitten, sich unaufwendig zu gleiten. Zum anderen, soll ich Vorkehrungen treffen für den Fall der Fehler, dass wir den Maleks-Klanus wegräumen müssen? Oder glaubt ihr noch an eine Lösung? Ich glaube, dass wir uns hier sehr in Acht nehmen müssen. Gerade deswegen finde ich es auch gut, wenn ihr einen Leibwächter mitnehmt, denn ihr könnt zwar wahrlich auf euch aufpassen, aber ich möchte nicht, dass ihr wegen eurer Zauberei hier verhaftet werdet. Ey deutet dies als ein Ja und bereitet mich vor. Sie verdreht die Augen, aber sagt nicht Nein. Keine Sorge, ihr werdet unterrichtet, ihr befragt, wirklich, bevor ich zur Tat schreite. Sie nickt. Okay, dann sind wir hier fertig. Möchtet ihr sonst noch irgendwas tun oder geht ihr von Bord? Vor ich von Bord gehe, würde ich nochmal Rafim, teutags, ich werde nun ein Zauber wirken, der mich vor nun ja den Augen von neugieren Leuten verstecken wird. Denkt alle dann, ich bin bei euch. Ich bin immer bei euch. Ja, wartet, wartet. Ich muss eben noch meine Orden holen. Wo liegen die denn nochmal? Scheiße. An den Bären, an diesen Bären gehangen. Ja, Mira, perfekt. Danke. Ich möchte einmal zu Mira rennen, meine ganzen Orden. Da ist wahrscheinlich so ein klimpernder Sack. wir hatten gesagt, sie hat die am Halsband, weil sie ein gutes Mädchen ist. Ja, ich nehme meine Orden. Ich möchte mir anfangen, einfach alle Orden, die ich mal irgendwann im Mittelreich gekriegt habe, mir anzuheften. Du hast es aufgeschrieben. Ich ziehe meine rote Scherpe von Rondra an. Äh, gelbe. 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 Und mein Reichsorden, den ich Sozialstatus steigt drei oder vier Punkte. Klingt gut. Naja, also, Boltax, Herr Boltax, es fühlt sich so an, als bräuchte ich einen Knappen. Oberritter des Reiches, ich denke, dieser Kretin, da wäre ein optimaler Knappe. Und ich weise einmal auf Abel mir. Es ist hochrögender Reichsorden der dritten Klasse am Purponenband, falls sich jemand fragt. Ja, er hat auch die Kaisero-Ulst-Schwerter. Ich habe mitgeschrieben. Außerdem die Kaisero-Schwerter. Nein, das hat er verwettet. Nur in Gold, nicht in Bronze. Nein, ich habe sie einmal flippen lassen über die Kanäle von, ähm, wo war ich denn, nein, aber ich habe sie mir zurückgeholt durch ein Wasserelementar. Sicher? Ja, tatsächlich damals. Ich erwähne noch mal, dass ich euch hasse. Also, bei der gelben Schärpe der Rondra-Kirre bin ich dabei, das ist der erste Orden, den ich hier gekriegt habe. Zur Stürmung von Wahrung. Aber der andere dürfte ich ihn noch haben. Gut, ich würde derweil einen, während sich alle beschäftigen, sich in Ohren anzubamseln, würde ich ein Ignorantia ungesehen wirken und zwar in der Variante zweimal Erwirkungsdorfer verlängern und mir dabei Zeit lassen. Es gibt eine Erschwerung von plus 5. Der Ignorantia, du bist nicht unsichtbar, du bist einfach nur uninteressant, ne? Genau, ich tauche und werde nicht beachtet und solange ich von mir aus mit unbeschleuten interagiere. Also, da hättest du jetzt keinen Zauberer für gebraucht. Da hättest du jetzt einen Chibi für gebraucht. Ah, verdammt. Ja, gut, er ist mit Mischung wagt mir die Auswirkungen. Ja, du bist super interessant für alle. Du kommst gar nicht aus dem Hafen raus vor lauter Bettlern und Händlern und Straßenkindern. Oh, Abelmia, ihr habt euch auch zurecht gemacht. Abelmia. Oh, naja, 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 also eure Wampel, die steht ja schon etwas hervor in diesem Outfit. Denkt ihr wirklich, dass diese Überkämmung eure wachsende Halbglatze verdeckt? Ja, ich halte ja richtig anders aus. Denn ich muss sagen, sie ist geleistend aufhinsichtlich. Kann man eigentlich in zwei Wochen oder sie aufhallen haben, weil sie gar nicht. Das muss selbstverständlich bei einer Pazzer erlaube ich das nicht bei einer normalen Probe die bis lunges Jahr bei einem Pazzer. Alles klar. So wie viel Verkunftsdauer hast du? Ich habe verdoppelte Verkunftsdauer und der dauert jetzt wie 8,20 Minuten. Meister habe mir Meister habe mir soll ich irgendwas holen. Ich möchte euch dienen. Geht weg. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin einer von den Jungs hier. Ah, schön, so richtig. Mein Name? Eirik. Ah, Eirik. Nein, ich brauche nichts. Gummert euch doch um das Deck hier. Das muss ordentlich schubben. Sieht sich ruhig aus hier. Um nicht herumfallen so zwei, drei Leute aus den Segeln. Meister Abel mir. Wir seht ja heute wieder besonders gut aus. Moin, ich habe da noch eine Strähne. Lass mich die einmal ... Lass uns gehen. Aber hier, ihr hättet euch ein Bart anhexen lassen sollen. Wirklich. Das hätte euren Term unterstrichen. Kommt, kommt, endlich. Ich will hier raus. Könnt ihr aufhören, dauernd Abel mir zu sagen. Geht weg von mir. Ja, da drüberst du so ein bisschen von dem Steg herunter auf die, ja, befestigte Kai-Mauer und kannst wohl erkennen, wie vor dir ein ungefähr 50-jähriger Maraskana steht. Sein Alter ist nicht unbedingt das Interessanteste, vor allem, weil es auch nicht richtig erkennbar ist. Aber er wirkt schon alt, auch wenn er nicht so viele Falten hat. Er hat auf alle Fälle rote Haare. Das macht ihn zumindest merkwürdig. Und er steht vor euch, nickt dir höflich zu und auch den anderen Helden, wenn sie dann runterkommen. Ah. Willkommen in Pericom. Mit wem haben wir das Vergnügen? Mein Name spielt keine Rolle. Ich bin hier im Auftrage von Ola Marix und ich möchte euch ganz recht herzlich einladen, sein Kontor zu besuchen, ein gemeinsames Essen, Speis und Trank. Ihr seid für eure Großtaten im Perlenmeer und aufgrund der letzten letzten Vergangenheiten hoch angesehen und bei uns eingeladen. Damit drückt er dir aber mir einen großen Umschlag, versiegelt mit dem Wappen eine graue Sphinx. Drückt er dir in die Hand und verbeugt sich höflich für euch. Das ist aber nett. Dann wird das ja doch ein ganz schöner Ausflug. Irgendwie werden wir sehen, ob wir Zeit dafür haben. Bisweilen riecht ihm einen schönen Gruß aus von den Helden. Ja, er verholt sich noch einmal höflich vor dir und dreht sich dann um und geht angemessenen Schrittes. Nun, wir wollen das gleich lesen, ich denke nicht. Wir sollten erst den den Markrafen aussuchen. Natürlich, wie es sich gehört für uns gar keine Herren. Dort in Donner, ich glaube, dort lang geht es. Vermutlich möchte er also ohnehin nur erpressen. Naja, da wäre ich ja nicht der Erste in diesem Leben und auch nicht der Letzte. Ja, eines nach dem anderen. Jemand darf eine Gassenwissenprobe würfeln. Ich erläutere euch um drei Punkte, weil ihr grobe Informationen von Ich war schon mal hier. Ich war ja auch schon mal hier, glaube ich. Ja. Für dich ist sie dann weiterhin erleichtert, für die anderen nicht? Moment, Rafim und ich waren auch schon hier. Ich auch, aber er will ja vorlaufen, ich halte ihn auch nicht auf. Oh gut, okay. Ich möchte noch unser Protokoll gegeben haben, dass ich nicht da bin. Das, was ich mal nicht wusste. Okay. Geht überfallen werdet oder so. Oder mich braucht. Das wahrscheinlich heißt. Das passiert sowieso nie, dass man dich braucht. Hör mal, Frost, Dein Kühlschrank wachsen gleich Beine. Mhm.